Max ist da. Ja, jetzt kommst du, wenn der Raid vorbei ist. Hä, wen habt ihr denn geradet? Wir wurden geradet. Die ganze Base ist weg. Hä? Nein, Quatsch, wir haben die abgewehrt. Wir haben die abgewehrt, aber fast alle Rechse sind kaputt. Die haben nur eine Wallback bekommen, dann haben sie einen Battlefield Racer gebracht, ein paar Rechse. Haben halt von uns so viele Rechse gekillt, weil die gestern den Lex um dem Wasser waren. Aber unsere Zuchtrechse stehen noch. Jo, ist mein Rex tot? Ja. Der war einer der. Ich glaube, das war der erste, der gestorben ist. Schicksal. Du, Kay, kannst du irgendwie eine Gruppe erstellen, dass ich selber in den Schädel rein kann? Irgendwie so eine Maxl-Gruppe oder so? Ja, mach's ja gut. Oder eine Raken-Up-Gruppe oder so? Keine Ahnung. Kriegst die Russland-Gruppe, Alter, dann kannst du dir nirgends rein. Ja, ne, bloß da, bloß da sie irgendwie joinen kann, weil wenn dann keiner da ist. Ja, muss ich mal gucken, dass ich da noch was machen muss. Musst du Rudi sagen, weil der ist gerade gegangen. Ja, Rudi, Rudi sagt, ich soll's dir sagen. Wow, als ob der verwaltet den TS, der ist TS-Main. Der Rudi ist gar nix-Main außer Hackfressen. Hackfresse-Main. Hackfresse-Main. Das war so, ähm, am Abend können die kleinen Kiddies nicht, aber mitten um den Nachmittag. Ja, genau. Um 14 Uhr ging mir Red, glaub ich, los. Wie spät haben wir es noch? Junge, Alter. Ich bin jetzt von der Schule daheim. Ich hab wohl Deutsch-Abi geschrieben und noch nur daheim. Hast du was los mit denen? Ja, komm, Deutsch-Abi. Du schreibst 15 Deutsch-Abi. Ich hab nur drei geschrieben. Ja, oder drei. Das wär, das wär, das wär viel, viel weniger, äh, als Schultag. Mit Nahmittag, da. Ja, Opfer geht nur jetzt mit Nahmittag. Ich? Wie lang bist du jetzt noch da, Sloddy? Meinst du eine halbe Stunde, oder was? Sloddy ist grad gewildet. Ja, okay. Die ist schon weg. Ähm, sind die Baby-Rexen die von gestern auch wieder top? Äh, kann sein, ja. Habt ihr die Rüstungen gelootet? Nein, die haben, ja, ja, das haben sie halt, das haben sie halt plus gemacht. Die haben unsere ganzen Rüstungen von den Rexen gelootet, weil wir konnten die nicht verteidigen. Wir hatten keine Möglichkeit mit den Rexen aus der Base rauszukommen, weil die Teleporter eingerissen haben. Was für Türmeer haben die eigentlich getötet? Äh, also kaputt gemacht? Ah, scheiße? Hier auf unserer Middle Wall. Aber das war voll komisch, weil Sloddy meinte, die haben die mit Rexen zerbissen, aber irgendwie... Das sah halt so aus. Ja, sah für mich auch so aus, aber irgendwie war's halt nicht so. Was für eine, was für eine Mittelwall? Ja, die erste Wall, die vor unserer Base ist. Achso. Und die äußere war halt noch nicht fertig, ne? Da stand noch keine Turrets. Da haben sie jetzt halt Löcher reingesprengt. Achso, warum sind die denn von der Seite gekommen, wenn bei der anderen... Ach, egal. Das stimmt eigentlich. Die, die sind doch selten blöd. Die haben, die haben, die haben, die haben da locker 20 Raketen drausgehauen. Ja, das war vor allem auch der Joke, die haben halt alles mit Raketen gesprengt. Die haben nicht einmal C4 benutzt. Alter. Obwohl, die standen vor einer ungedeften Wall und haben keinen C4 benutzt. Ich hab nen richtig nicen Move gebracht, weil ich stand in unserer Wall drin und die Wall war schon teilweise aufgesprengt. Dann kam so ein Player von ihnen rein und ich geb ihm C4, mir C4, er klatscht mich und dann sterben wir beide. Ich place jetzt mal gerade überall draußen Fans Foundations auf dem Boden. Das wollte ich vorhin schon machen. Ich wollte halt jetzt eigentlich, bin jetzt gekommen und war voll der guten Laune. Ja, jetzt farm ich erst Metal. Mach's doch. Mach's doch. Wir können vor allem jetzt erstmal wieder aufrüsten, weil wir haben in dem Raid festgestellt, wir haben wieder wenig Equip. Mal wieder. Ja, Kevin. Was denn? Ich geh mal neue Teleporter bauen. Ja, mach das. Ich mach grad wie gesagt alles voll mit Fans von der... Ihr legt noch ne Leiche von Joel. Ist aber leer. Ich werde отсюда mal야 wenn ich jetzt filter diafiere. Puhi. Leiche von Joel am besten jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der hört uns nicht. Sein Scheiß-Theriot hat geschossen, der geht einfach weg. Der ist auch einfach weggegangen, ja mal. Der denkt, ihr wollt den Raiden irgendwie Raiden. Komm mal her, bitte. Hallo? Hallo? Sag mal, könnt ihr an Thyakoleos brüten? Was ist? Könnt ihr die Thyakoleos haben? Könnt ihr die züchten? Ja. Wollt ihr uns einen verkaufen? Ein Baby? Im Moment brauchen wir noch einen für die eigenen Nutzen, aber dann schon. Okay. Ja, wäre nice. Weil ich habe gesehen, ihr habt mehr davon und wir haben alle irgendwie verloren. Soll ich die Turrets ausmachen? Ne, brauchst du nicht. Wir gehen nur bis hier vorne. Nur... Hat er gefragt, ob er die Turrets ausmacht hat? Wir sind hier nur Metall am Farben und ich bin in die Turret-Range gelaufen, damit einer von euch checkt, dass wir hier sind. Weil in den Chat guckt ihr ja nicht. Was? Wie alt sind die denn? Ich habe mich nur gewundert, warum... Sieben oder acht. Dich nicht. Ja. Was sagst du? Kann man machen. Ja, cool. Danke. Habt ihr schon ein Ei bekommen? Ne, noch nicht. Ein Thyakoleo Ei? Ja. Was hat der gerade gesagt, der Typ? Was? Ich habe dich nicht verstanden. Was hast du gesagt? Screen. Was? Ich glaube, du hast einen Screenshot gemacht, weil du Fame bist. Nein. Was? Ich glaube, du hast für sich einen Screenshot gemacht. Der hat ernsthaft gefragt, ob er einen Screenshot mit uns machen kann? Ja, das sind so die Selfies. Der hat nämlich gerade mit Scheißen verstanden. Okay, wir fahren mal weiter, ne? Ciao, ciao. Nein, okay. Ich habe einen Screenshot mit einem Screenshot gemacht und ich habe einen Screenshot mit einem Screenshot. Was? Was? Wo ist das denn? Warte, was ist das denn? Wie ist das denn von Kindern mit Scheißen? Aha. Warum steht er da? Will er was? Selfie, Alter. Ich komme zu meinem Rechts, Alter. Die gehe ich reden. Ne, lass die mal. Die müssen uns noch Thyakoleos geben. Ja, die haben wir doch dann. Loll. Das sind echt die PvEler, oder? Nein. Aber guck mal. So als ich jetzt letztens da war, da hatten die aber woanders ne Base. Da hatten wir so ne Base wie wir fast. Okay. Also nicht aus Glasmitteln, aber mit ordentlich Turrets drauf und so. Okay, jetzt gerade hat er nur eins auf uns geschossen. Was ist passiert? Oh nein, jetzt tacken wir wieder einander, ne? Oder? Ja, klopp, weiter ist okay. Lass dich nicht was im Rhythmus bringen. Ich habe gerade meinen Groove gefunden, ja. Ich merke schon. Haben wir jetzt unten wieder einen Teleporter? Ich habe einfach in 200 Arktstunden bestimmt 150 Metall gefahren. Alter, ich kriege dich gerade nicht mehr aufgegabelt. Ja, oder 100 Metall gefahren, 50 war ich auf K. Und die anderen 50 warst du tot. Ne, und die anderen 50 habe ich irgendwie getrollt, oder so. Das läuft ja auch nicht. Zum Beispiel. Das läuft ja auch nicht. Das läuft ja auch nicht. So. Wir gehen jetzt langsam rückwärts durch das Stargate. Jetzt rennen sie komplett durch und fliegen die Klippe runter. Geht das überhaupt rückwärts? Dann bin ich doch nach dir erst durch. Ja, ich versuche dich gerade irgendwie vorwärts reinzuschieben. Du bist. Ja, ich schiebe, aber es geht nicht. Ja, ich hoffe, euch. Ich hoffe, euch. Ich hoffe, euch. Vielen Dank.